Das Mädchen, das Wolf brüllte. Eine FOA-Computeringenieurin namens Veronika Nielsen stand in Kontakt mit einem Offizier im Kommandozentrum Minken. Einige Tage vor dem Angriff versuchte sie, ihn zu warnen, dass ein Unglück bevorsteht, aber er nahm sie nicht ernst. Am Tag der Katastrophe versuchte sie wieder mit Mink Kontakt aufzunehmen, weil sie einen Zusammenhang zwischen der Evakuierung und einer mysteriösen Mordserie vermutete, die erst wenige Tage zurück lag. Sie hinterließ eine Adresse im Fücherdorf Kalle Bay, das im Nordwesten der Südküstenregion liegt. Und das bedeutet, Südküstenregion, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da, wir sind wieder in Generation Zero. Und mit mir zusammen ist natürlich wieder hier Alea. Hallo Alea. Hi. Hi. Wir würden ja so tun, als hätten wir uns heute überhaupt noch nicht gesehen. Wer bist du? Was soll ich dazu sagen? Hey. Hier plätschert es aber ganz schön laut. Oh, und da hinten sieht es ja sehr belebt aus auf der anderen Seite der Küste. Wo bist du denn hingereist? Äh, nach hier wieder. Da laufen irgendwie Hunde in diesem rot gefärbten Teil. Naja, gut. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich muss mich nochmal komplett... Das war ja die Ecke, die eh nicht interessant war. Da sind wir schon gewesen. Ja, da hast du recht. Merke ich auch gerade. So, da ist eine Hauptmission. Da ist eine Hauptmission. Und hier ist ein Generator. Okay. Äh, Lock. Vernagelt. Was ist das? Ich versuche gerade mal, mich zu orientieren, was wir überhaupt noch mal machen müssten. Ich würde sagen, das Mädchen, das Sollbröte. Ich glaube auch. Aber ich würde trotzdem erstmal gucken, um die Übersicht nicht zu verlieren. Ja, aber ich würde auch sagen, wir müssen weiter hier Richtung Süden an der Küste entlang. Da kommt ja jetzt gleich auch so ein größeres Städtchen. Und da dürfen wir gespannt sein, ob wir das überleben, sage ich mal. So, Fahrrad kriegen wir ja hier. Hast du schon eins gespawnt? Haben sie ja sehr geschickt gestellt, ne, die Fahrradstation und so, dass auch nur einer dran kann. Na da. Wir wollen mich auf die Karte um mich orientieren. Mach dir doch einfach wieder so einen schönen Marker hin. Genau. Wegpunkt. Erledigt. Wir müssen ja auf jeden Fall erstmal hier über die Brücke. Da. Platsch. Platsch, das war ihr letztes Wort. Dann fuhr sie mit dem Fahrrad fort. Platsch, das war ihr letztes Wort. Dann fuhr sie in den Fahrrad fort. Das war meine Steuerung. Die ist voll scheiße. Ja, ja. Ja, wenn man davon abgesehen kommt man hier gar nicht hoch. Wir kommen hier gar nicht hoch. Gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja nur auf. Ich auch. Alter. Gegner, Hunde. Oh, können die uns nicht weinen. Wir schießen direkt ganz toll. Wir müssen hierher zurück. Ah! Oh, super. Die sind oben auf dem Gügelfeld. Fast weg. Polforestier. Oh, Mordstreif auch. So, steht tot. Juhu. Ich komme wieder. Ja Macht doch nix Die 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 Wie war das? Ewa nehmen Ich nehme schon gar nicht mehr alles mit, weil ich sowieso keinen Platz mehr habe Die 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 Ja, also, jetzt haben wir auch die Punkte, die ich kriege dafür. Ja, ich werde gerade von hinten angepupst. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Ich glaube, das war eine Gasattacke. Ich habe es gehört. Du hast es echt gehört bis bei dir? Ja. Puh, Anja, du bist jetzt live und in Farbe auf dieser Aufnahme dein Pups. Ich kann nichts dafür. Alea hat gesagt, sie hat es gehört. Ich habe es gehört. Da können wir ja nicht zu, dass du so laut pupst. Gleich kommt sie wieder mit dem Schneid raus. Ja, ja, gleich kommt sie wieder mit dem Schneid raus. Das denke ich auch. Wissen Sie, sie hat es gerade gesagt. Ich glaube, sie schämt sich etwas dafür. Ich glaube, sie hat es gehört. recht zu schnell für dich alle ja wir müssen eigentlich hier mal irgendwo links abbiegen, damit wir auf die andere straße kommen habe ich dir doch gesagt. Wann hast du das gesagt? Gerade. Achso, dann ist ja gut. Ah, nächste Kreuze wieder links. Da leuchtet es aber so bedrohlich Brot schon wieder. Ich würde sagen, wir schleichen uns hier von dem Berg erst mal runter an. Jetzt scheint ja was größeres da unten zu sein. Oh, hier oben ist auch was größeres. Ich habe natürlich keinen Medipack mehr unten. Man schießt aber noch einer glaube ich. Oh, der trägt aber ordentlich viel Muni dabei. Links schießt damit. Oh, ich war was zu schneller. Eben auch. Vom Wegen. So, warte ich muss mal ins Invi. Ich muss mir neue Medipacks packen. Oh, und ich kann ja noch mal auflöffeln. Wie zum Beispiel die Tragekapazität. Ne, darf ich nicht kaufen. Wieso darf ich die Tragekapazität denn? Achso, ich habe keinen Fertigkeitspunkt. Ich dachte ich hätte einen. So, ich dachte ich hätte einen. Mein Fehler. Ne, aber ich muss mir neue Medipacks in die Hand nehmen. Recycling Gear. Da. Einen Platz zuweisen. Einen Platz zuweisen. Ist man bei mir? Ja. Also hier in der Hütte sind Sachen drin. Kommt man gar nicht rein in diesen Bunker oder was das darstellen soll. Da gibt es was drin. Oh. Wo fährt denn das runter? Jetzt wissen wir wenigstens was sich in diesen viereckigen Dingern da befindet. Hier könnte man theoretisch rüberspringen. Wollen wir mal Räuberleiter versuchen? Aber ich glaube da kommst du nicht wieder zurück. Äh. Okay. Was ist? Was ist das? Das macht mir Angst. Hier auch? Na gut. Dir nicht. Doch. Nein. Eigentlich ist es nicht. Dann gucken wir mal. Jetzt habe ich ein bisschen übertrieben mit dem Kopf voran. Ja. Ach, ich mach dich mal ein bisschen lauter. Sonst sagst du ich schrei, jetzt sagst du ich bin so leise. Ich halte dich mal. Ich sehe da unten jetzt so auf Anhieb nichts. Was schon beinahe merkwürdig wäre für so eine große Anlage, wenn da nicht ein Roboter ist. Ich check's. Nein, ich nehme das Fahrrad. Äh. Also die Röntgensicht sieht nichts. Dann ist da auch nichts. Lass uns die Fahrräder holen und runter fahren. Ich sehe noch immer nichts. Oh, kann man öffnen. Egal wofür das hier gut sein soll, dass man es öffnen kann. Hier ist was. Wo? Ich hab was gehört. Okay. Dann hast du mir gehört endlich. Ach, jetzt haben wir ja versehen, dass der walkie talkie bitte noch. Hörst du das? Echt ich? Ich höre nichts. Doch, jetzt höre ich es. Guck und da. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist im Gebäude. Oh! Oh, was? Zwei große, zwei Hundis. Drei große. Was? Ja, ich sehe die Menge Muni. Ich sehe es mit der Röntgensicht. Mehr ist da aber nicht drin. Halt. Da war doch noch was. Hier sind zwei Waffen drin. Zwei? Zwei. Ah, die ist vorne. Oh ja, die sind wirklich drin. Ja, ich sehe es doch mit der Röntgensicht. Wollt ihr jetzt? Ich hab durchs Fenster geguckt. Das war einfacher. Ich meine, das Gute ist, sie können nicht raus. Das schlechte ist ja, ich vermute es, wir rein müssen. Natürlich müssen wir rein. Ja, wir können ja erstmal alles andere absuchen, bevor wir uns damit antun. Wir müssen bewegen es, dass wir fertig sind. Und die findest du hier jede Menge, das ist schon mal gut. Passend zur Situation quasi. Und dann krieg ich die Tür vor den Kopf. Was schießt? Oh! Die kommen nicht raus. Nein, die kommen nicht raus. Die sind irgendwie übers Dach rausgekommen. Die sind irgendwie übers Dach rausgekommen. Die sind irgendwie übers Dach. Und dann kommen wir hin. Drei große, Papa. Also, ich sehe bis jetzt nur einen. Da waren aber drei. Ja, schon klar. Ich glaube, der Rest ist nicht rausgekommen. Eins ist noch drin. Besser schafft er ausgeschlossen und einer noch draußen sein müsste. Und zwei sind noch drin, aber hier direkt hinter der Wand. Das sah so ein bisschen aus, als wären sie durch die Dachlupen da gesprungen. Aber die sind doch viel zu klein. Ja, ich werde beschossen. Gas, ich bin tot. Ja, 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 ich bin tot. Diese blöden Gasgranaten sind scheiße. Vorbei. Haben. Mhm. Puh! Da kommt noch ein Stein. Puh! Puh! Das war... ...heftig. Egal, wie die jetzt rausgekommen sind... ...sie sind rausgekommen. Das ist alles, was zählt. Boah, ich hab ganz vergessen, wie viel Spaß das Spiel macht, ey. Oder? Ja. Ich find dieses Szenario noch immer endgeil. Da ist irgendwo was ganz Großes in der Nähe. Ich will es auf jeden Fall stapfen. Nein, nicht reinfallen! Ähm, ich geh mal kurz auf Toilette. Wie? Mitten in der Runde. Das große hattest du noch nicht gesehen. Ne, natürlich nicht. Ich bin in der Lagerhalle drin. Okay, dann bist du ja safe. Ja. Seitdem jetzt kommt irgendeine Rauchgranate. Aber je nachdem will ich ja dafür auch zählen. Aber je nachdem will ich ja dafür auch zählen. Ich glaube, ich muss diese Textblase hier mal wegblenden. Ich mach das jetzt mal. Die Minute muss sein. Ich habe das nicht gesehen. Wie ist das? 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 Oh, schön, ein Tanzen. Das ist ein anderes Stück Metall. Dann kommen wir aus, sonst war der nicht rein. Ich weiß nicht, wo dieser Roboter hinläuft. Oh, er kommt genau nach hier. Das ist lustig. Sehr schön. Ja, es gibt so einen Moment, wo man einfach wünscht, man könnte laufen. Ich glaube, wir haben einfach das Glück, dass der wieder mal zu blöd ist, hier runter zu rangieren. Thank God. Trotzdem ist mir das schleierhaft. Wie die Roboter hier ausgekommen sein wollen. Das ist ein kleiner Bug gewesen, mit ziemlicher Sicherheit. Aber es ist Eis drum. Das ist ein kleiner Bug. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Tja, wahrscheinlich komme ich da nicht dran. Ist schon mal nix mehr drin. Einmal Roboter. Und noch mehr Roboter. Gut, was das weiter auf sich hat, das erfahren wir, wenn wir in der nächsten Folge sind. Bis dann, tschüss.